Ich habe gar nicht gesehen, dass ich ja gefühlt ein Watschbeer bin als Timo mit Spirit Blossom. Guten Morgen. What the hell? Lol. Wie geil, hä? Äh, was macht denn der hier? Wes warum? Ja, wir müssen noch ein paar Games streamen hier. Ich bin so ein richtig dickes Hubris-Gamer. Oh mein Gott. Fittisch. Ja, Triumph hat mich gesaved. Habe ich überhaupt Triumph dabei? Ich glaube nicht. Okay, Echo ist da. Und zusammen mit anderen Menschen. Habe Killing-Steel gemacht. Habe zwei Kills-Steel. Okay, der meint leider nur einen. Hallo, Garen. Wieso hole ich mir nicht eigentlich mal Darkseel, wenn es gut läuft? Das ist ja so unfassbar. Ich hätte wirklich mit Darkseel starten können. Ich dachte nicht, dass Garen so scheiße ist. Welkos Ulti, die Wave, Junge. Er, also, er weiß nicht. Wieso fucking Flash? Wieso? Habe ich nichts gekriegt? Ein Darkseel-Stack? Wie kann denn das sein? War ich so nutzlos? Scheiße, Dinger. What the fuck? Halt. Warte, bin ich. Was habe ich getan hier? Was bin ich tuend eigentlich? Ich bin natürlich... Also, mein Flash war gerade... Also, der war eh spezial, Alter. Ich bin tot. Team, Hilfe! Hey, das stimmt doch der eine. Okay. Vielleicht kommt da gleich was in mich. Alter, New Personal Best. Six Epic Monsters killed. Hä? Warum denn Personal Best? Oh, Juge. Aua. Das sah ja irgendwie so freundlich aus, dass das Ding wieder mal reingedasht. Aua. Flash meine Q, du Bitch. Ich habe Echo gekillt. Wie? 18 hat geendet, ihr Gars. The fuck, jetzt gar nicht geraucht. Mann, das war so kurz davor, dass es mein First Blood war. Ich sterbe an Minions. Ne, doch nicht. Hey, Dad, du kannst mich nicht auto-attacken, wenn du geblindet bist. Hat es dir noch nicht aufgefallen ist. Jetzt geht's ab, Junge. Hä? What am I seeing? Oh, nein. Das Game is over. Okay, Banjo. Ausweichen einfach. Einfach ausweichen. Das sind die Minions. Mann. Ich glaube, ihr könnt einfach auf mich flaschen. Ich würde gerne nehmen müssen. Digga, der ist hier auch noch. Schöne, Echo. Das hat aber auch nicht geflasht, der blöde Arsch. Toll. Warum habe ich mir kein Darksteel geholt? Jetzt ist es ja wieder so ein Darksteel-Start gewesen. Easy, easy, gewonnen. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt auf den Sack kriege, weil ich mir Darksteel geholt habe, dann kommt die Runde nicht mehr ins Video. Dann schneide ich Insta und dann ist das Insta vorbei und dann karte ich das weg. Egal, was liegt denn da im Dragon Pit, Digga, what the fuck? Die gleiche. Alter, der liegt komplett... Ja, der liegt ganz von Terror, Alter. Jason? Ja? Welche Charakter kommt aus von Terror? Äh, Rammus? Naja, also... Naja, nicht ohne Recht. Stimmt schon, irgendwie. Ähm, Melfald? Okay, okay, wir kommen der ganze Sache näher. Der macht Fortschritt. Ähm, vielleicht auch noch irgendwie sowas wie... Talia? Vielleicht? Talia? Einfach aufzureden, das reicht. Ja, ich hab gedacht, die ganzen Leute mit Stein... Ja, ist schon richtig, ja. Runterra, Stein? Wegen Terra und Boden? Vielleicht auch irgendwie Starno? Ich kann nicht mehr. Auf jetzt, auf jetzt. Kannst du's reinschneiden? Ja. Ich google jetzt, Digga. Ja, bitte google und sag mir, was rauskommt. Runeterra. Arthrox. Alistar. Bro, du liest... Er fängt beim ABC an. Mhm. Arthrox, Alistar, Ash. Ja. Argani. Aphelios, Ari, Arthrox, Axan, Anivia, Ania, Arthrox... Da fällt dir was auf. Äh, das sind alle, ne? Ja. Fuck, ich muss arbeiten. Tschau, Jungs. Ja, ich muss... Ja, ich muss... Vielen Dank.